Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Don't Stuff Together. Ich warte gerade, bis ich auf die Server drange. Yay, mitten in der Nacht. Freu dich schon mal drauf. Ja, ich stehe ja neben am Lager. Okay, verdammt. Und selbst wenn ich mitten in der Nacht spawne, ich kriege ja so einen Lichtkegel um mich rum. Ja. Das ist übrigens sehr gut gemacht, dass man in der ersten Nacht noch ein Lichtkegelchen kriegt. So, also wir wollten jetzt, äh, unser nächstes Ziel ist, einen Bienenherd zu machen, gell? Ja. Und ich mache mir jetzt noch einen Sleeping Diving Dart. Sleeping Dart. Oder ein, was auch immer. Weil wir haben ja so viele Stacheln und so. Mhm. Und aus daraus können wir halt, aus dafür können wir halt die Stacheln und die Zähne verwenden. Für, weil ich brauch ja noch irgendwas zum Fernkampf eigentlich. Obwohl meine Fleischkolle richtig gut zugehaut hat. Okay. Ähm. Oh, es dauert aber wieder ewig, bis ich respawne. Oh, mein Charakter sieht so flessert aus. Mein D-Indy-Charakter. Ich muss hier dringend neu machen. Solltest du mal wieder neu schreiben? Wir brauchen auch wieder Holz. Ja. Ich hab zwar noch ein Versteiner, aber das sind auch nicht mehr so viele. Ja, ähm. Hast du Hunger? Ähm. Die ganzen Motts sind weg. Was? Meine ganzen Motts sind weg. Ich sehe ich nicht. Doch. 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 Also ich hab keine Lebensanzeige mehr richtig und keine Lebensanzeige mehr richtig. Nein, ich brauch erst eine Lok. Obwohl, brauch ich eine? Es wäre besser, wenn ich mir erst so der Loksturt mache. Oder willst du alle Viecher einschläfern? Äh. Ich hab halt einen Schuss hab ich. Achso, man hat mit dem Ding nur einen Schuss. Sobald, ich weiß schon. Ich muss grad noch... Oh, nicht rennen. Ich muss grad erst die... Ich muss mir erst die Waffen machen. Und danach können wir weiter. Einen Moment. Hast du noch Asche? Ich hab gerade die Asche in die andere Kist gelegt. Die ich habe. Hat. Ja, ich kann halt noch eine Heilsamung machen. Gleich. Wenn ich... Warte. Ich muss erst mal weiter. Ein Slip Diving. Und für das andere habe ich zu wenig Papyrus. Scheiße. Aber geh ich immer Papyrus damit noch. Ja, mach ich gleich. Oh, scheiße. Ha. Perfekt. Du bist so gut in dem Schuss. Die haben scheiß Gebisse, gell? Ja. Ich brauch immer... Wofür auch immer wir die brauchen. Äh, ich brauch nur Heilsalbe. Eine mach ich jetzt. Und danach. Einen Moment. Die haben bald Winter. Ja, ich weiß deswegen. Ich sollte mir nachts nicht drauf achten. Der Winter wird hart. Aber wir haben ihn natürlich schon kurz gemacht. Ich geh ein paar Bäume hacken. Ja, geh mal Bäume. Das ist gut. Ich brauch nämlich Lock und Wout und so. Und noch eine Feder hab ich schon. Naja, ich wollte nicht die... Was hast du gehackt? Ich hab die Biene aus Versehen gehackt. Uhu. Nice. Ich könnte auch den Rucksack da lassen und dieses Leben... Soll ich mir selbst die He... Wie viele Leben hast du? Ich hab... Äh... 83. Oder hast du weniger als ich? Du kommst die Heilsalbe. Was auch immer die Bienen einem voll voll... 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 voll die Waffe rennen mussten. Also ich hab ein... ich weiß nicht, was es gibt. Ein Sleep Dart hab ich und ein... ein Fire Dart. Das eine setzt es in Flammen, das würde ich auf das Ding machen, auf das Nest und das andere setzt irgendwas im... ins Schlaf. Warte, ich muss mal... ich muss kurz meine eine... meine Axt noch verbrauchen. Jetzt wird das hier nichts. Ich hab gerade noch fünf Dinger drauf. Oh. Äh, es wird noch nicht Winter. Winter wird's sobald die Bäume... Ja, in drei Tagen. Winter wird's sobald die Bäume ihren... äh, ihren Blätter verlieren. In drei Tagen wird's Winter. Okay. Soll ich dann eigentlich gleich wieder Bäume pflanzen, weil es ist ja voll viel Zeug, dass... Man bekommt ja pro Baum zwei Sachen wieder zum... Ja, pflanzt alles, was du willst. Okay, warum kann ich jetzt nicht gleich bauen? Wir haben so viel Scheiße, wie wir bauen könnten. Ich werd übrigens meine... äh, meine Werkzeuge hier lassen. Ah, jetzt können wir heute wieder nicht hingehen zu den Spänen, um sie zu töten. Ach, verdammt, der Scheiß. Aber dann kann ich meine Loks gut noch machen. Hallo, Bäume gefällt mir. Obwohl ich kann selbst noch ein bisschen Bäume fällen, dann können wir ja auf alle Fälle meine Loks gut machen. Wieso hab ich so viel Äxte zum Fick? Was willst du erklären? Weil ich dir auf jeden Fall eine Axt gegeben habe. Weil ich keine Axte brauche. Wie WTF happens hier? Ich geh mal locken. Und nur die großen Bäume fällen, das weißt du ja. Ich geh doch überhaupt nicht Bescheid aus, wenn wir so'n komischen, langen Schwertchen versuchen, einen Baum zu fällen. Sag, wie cool er aussieht, als die das gemacht haben, als sie auf Lust auf Sinsel waren. Was? Da haben Sanji und Zorro Bäume gefällt. Sanji mit seinen Beinen. Mit was, Dunst? Und Zorro mit seinen Schwertern. So, voll cool. Einmal dadurch geruscht und alles niedergefällt. Okay, vielleicht kommt daher die Idee. Ich hab übrigens genug für ne Loks gut. Kann gut sein. Ähm... Und wir sollten nachher noch zurückkommen machen. Also genug hab ich jetzt für die Loks... Achso, soll ich das scheiß Amulett lieber tragen oder ne scheiß Loks gut? Scheiße. Achso, entweder du kriegst Leben oder du äh... Ich weiß aber nicht, wieviel Leben dieses Lebens-Amulett produziert. Ich auch nicht, das ist mein Problem. Gut, erst mal das Schild anziehen halt und... Du meinst, wenn ich wenig Leben hab und so? Ja. Ich mach mal was für Essen. Was ist denn halbtot? Das ist halbtot. Das muss ich mitnehmen. Ah, das sieht auch nicht mehr so gut aus. Was ist das eigentlich? Ich wollte ja noch gucken, was ich alles so basteln kann. Ah, da hängt ja gar nichts. Waffen hängt ja nichts. Äh, machst du Feuer an? Äh, ja, mach ich. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich muss verwacht. Ich mach mal was für Essen. Wir haben eigentlich noch... Also, das haben wir... Wir haben, glaubt noch. Ne, okay. Ich darf halt noch... Das wird noch Fleischbällchen. Hab die jetzt mit dir genommen, nimmst du? Ja. Ich brauch Essen, wenn ich Kämpfe. Danke. Ich will was ausprobieren. Ja, ich hab wieder nur eins übrig. Ach, das wird so stark. Okay. Das hat nicht weh gemacht. Also, hier noch mehr Essen für Kampfs. Mhm, danke. Soll ich noch was machen? Ich mach einfach. Ich mach dir noch ein paar Fleischbällchen. Ach, das war das. Halb 20 Holz da. Ich glaub, wir sollten uns mal wieder eine Käste machen. Äh, wird's halt. Oder wir sollten mal gucken, ob das irgendwas Größe ausbauen können. Ich glaub, es gibt nichts Größeres als eine Kiste. Ist nicht? Jetzt können wir mal gucken. Ich dachte, es gab noch was Größeres. Das ist ein Wartburg. Vielleicht ein Wartburg? Warte, wo muss das eigentlich... Wo war eigentlich die Kiste? Wie viele Locks hast du noch? Äh, also ich hab gerade 20 in der Kiste geworfen. 10 hab ich noch im Momentar. Das ist toll. Ist das die Kiste? Nein. Was bringt uns ein geholzter Boden? Weiß ich nicht. Finde ich jetzt heraus. Warte, ich muss mal gucken. Ich wollte einen Wartburg machen. Ein Kleiderschrank. Oh. Ist das... Loring? Nee. Wo kann ich jetzt hinbekommen? Machst du das Feuer ein bisschen Wasser? Oder, warte. Äh, komm jetzt mal nach draußen und mal gucken, was er bringt. Uh. Was bringt der? Wow. Nee. Man kann sich nur umziehen. Ja. Ich fühl mich verarscht. Oh nein, ich hör Hunde. Oh nee. Okay, wir gehen da doch nicht kämpfen. Mein Gott. Wir kommen nie dazu, oder? Nee, irgendwie nicht. Schon wieder offen. Bestimmt sind es wieder Feuerhunde. Aber die Dinger haben mir gut nachgespottet. Aber wo war die Kiste? Okay, vielleicht sollten wir jetzt schon zu den Sachen gehen. Ich hab Angst, dass die Hunde gleich da sind. Ja. Haben wir die Wartburg eigentlich noch um? Oh, ja, viel. Meine Psyche geht wieder runter. Also, die Hunde werden mir gerade zu laut hier zu den Rändern. Ich bin der Fails. Und da oben ist wieder Papyrus nachgewachsen. Oh, ich glaub, du hast 30, das wird wirklich Wetter. Das Papyrus geht auch gleich ansammeln, das brauche ich nämlich für. Oh, und sie haben mich getroffen. Sind aber bisher nur zwei normale? Vier normale? Ich hab vier normale Hunde. Ich hab zwei, drei normale. Okay, warte. Wo sind die scheiß Büffel? Au, ich werd getroffen. Au, warte, fuck. Das war ein Brennender. No, zwei Brennende. Au, das werden immer mehr. Ja, die haben Büffel. Oh, es brennt. Nein, unser Fleisch verbrennt. Nein, nein. Nein, 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 nein. Darf ich selbst die Hunde dabei setzen? Ja, mach. Und, oh nein. Und ich weiß, ob mein was ist dran. Okay, ich geh mal Zeug einsammeln. Wir haben viel Fleisch und viel Asche. Sehr gut. Alle sind schon tot, aber die Büffel leben noch, oder? Ja, die bin ich natürlich auch. Wir haben jetzt zu Hause. Und vier ist die Monsterfleisch. Siehst du, so einfach kamen vorgegen Würfel, aber es waren jetzt richtig viele. Aber es ging noch, also Würfel haben noch überlebt, alle. Ich hab kein einziger, ist gestorben. Das ist gut. Äh, wo ist, wo ist der Sumpf? Scheiße. Rechts. Was? Rechts. Rechts? Ich geh kurz Papyrus sammeln. Ich brauch nie mehr noch. Und weiter oben. Weiter oben und rechts? Mhm. Ah, hab ich gefunden. Oh fuck, ich hab keinen Platz mehr im Elementar. Gut, morgen gehen wir jetzt aber Dingsgammeln, oder? Ja. Also ich kann noch eine Heilsalbe machen. Ich hab jetzt selbst ein bisschen gejuset, weil ich... Uh! Was? Was denn? Äh, oh, oh, fuck. Okay, äh, ich hab gerade ein bisschen Honig gesammelt und hab dafür ein bisschen Störmachung von den Bienen bekommen. Was? Die Bienen haben mich angegriffen, weil ich den Honig rausgenommen habe. Wir brauchen mehr Kisten. Wir brauchen Kisten. Geh, bitte Holz sammeln. Wir brauchen Kisten. Da ist doch 20 Holz in eine Kiste, Mann. Achso, ja, stimmt. Ich kann ja Kisten brauchen. Ich mach kurz Kisten. Äh, weiter. Aber auf jeden Fall, es sieht dann so aus, als würde da so Honig rauskropfen, wenn da... Äh, wo ist die fucking... Weiß du hier? Äh. Achso, verdammt, das ist ja nur Nachmittag. Ups, ich hab dich mal dahin hingelegt. Wo soll ich die Kiste hinbauen? Ups, zu den anderen Kisten. Äh, und dann sollten wir vielleicht doch noch gucken, ob es vielleicht... Äh, ich kann eine Toad-Fab machen, falls es dich interessiert. Was auch immer eine Toad-Fab ist? Keine Ahnung. Ich hab die Kiste, und die baue ich jetzt hier draußen hin. Oder wo soll sie hinbauen? Ja... Ich baue sie hin, wo sie Platz hat. Da können wir Essen ab sofort reinmachen. Okay, das wird unsere Essenskiste. Das da hinten... Kann man die Kisten nicht irgendwie umsetzen? Das ist doch voll scheiße, so. Ich weiß. Äh, ich mach mal Essen. Wir brauchen Essen. Also, ich hab Essen noch gemacht. Ich weiß nicht mehr. Auf an die Kiste bieten. Meinst du ja. Ähm... Soll ich noch mehr Meatballs machen, oder brauchst du noch welche? Hast du Hunger? Ich hab keinen Hunger, gerade. Du brauchst aber... Und wir müssen nicht ins Tieren. Kannst du noch? Ich hab zwei. Kannst du zwei? Mhm. Ah, wir wollten noch eine Loksbrüche für dich, was denn... Soll, jetzt haben wir keine Loks mehr. Also, ich hab jetzt noch... Oh Gott, warum gibst du mir so viel Monsterfleisch? Naja, weil... Ich das eigentlich in die Kiste reinfuhren wollte, aber... Ist im Weg, wieder. Genau. Ähm, ja, wir haben jetzt ganz viel Monsterfleisch. Und Honig. Oh, Honig. Was hab ich nochmal aus Honig gebaut? Was brauch ich dazu? Ähm... Ich weiß es wieder. Conny. Und das da. Oh, das ist gut. Metallding auch? Mhm. Äh, würdest du es vor Jahren machen? Jo, bin dabei. Honey Nuggets! Äh, ich hab Honey Nuggets gemacht. Ah, ich hab's ge-eatet. Entschuldigung. Eins ist noch drin. Lass mir noch das Wetter nehmen. Ja, wir haben Fleisch bekommen. Hast du noch... Oh, jetzt hab ich noch eine Karotte. Muffin! Hier, Muffin. Oh Gott. Äh, das sind meine ganzen Loks. Ich hab grad einen Loks verbraucht. Haha. Das machen wir sogar. Okay, gut. Hm. Hab ich noch Papyrus hier irgendwo? Ich hab doch halt eben nichts gesammelt. Oh Gott, wir haben so viel Scheiße hier. Ich erstmal die... Hast du die Nuggets dir genommen? Ähm... Oder soll ich mir die einfach mitnehmen? Nein, hab ich nicht. Nehmen sie mir einfach mit. Ich guck jetzt erstmal, dass ich hier irgendwie alles verbrauche, was wir kriegen. Ach, ich weiß ja, also. Asche, ich werd noch Heilsage machen. Ich muss noch deine. Nein, warte, ich mag's auch nicht heiß. Du wirst auch nicht heiß. Noch einen Spinnennetzer, dann können wir, äh, so'n... Hut machen. Hast du noch eine Asche zufälligerweise? Äh, in der eigenen Kiste sind vier Kasche. Nein, das ist eine Asche drin. Doch. Gucken die andere. Da haben wir da noch Asche drin. Ah! Jetzt hab ich keine vier Dinger, hab ich wieder weggepackt. Alter, ich hab Probleme hier. Ich hab Probleme. Äh, hast du noch Loks? Sechs Stück. Ah, fuck, das ist einer zu wenig. Wir müssen wieder Holz fällen gehen. Oh ja. Und dann darf ich mir den Loks gut machen und dann können wir eigentlich los. Oh, ich weiß, ich kann mir noch mehr Zerks machen. Alter, ich hab irgendwie Inventarprobleme. Ich weiß gar nicht, wie du das schaffst. Inventarprobleme zu haben? Ja. Ich hab drei Heilsalbe. Ich hab drei Heilsalbe. Keiner für mich. Oh, davon geht die links runter. Tücher oder was? Ja. Nö. Bei mir schon. Okay, geh mal aus dem Weg. Gehst du kurz ein, brauchst ein Bäumchen fällen. Dann kannst du wieder zurück. Super. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass wenn wir die Bäume im Winter fällen, dass wir dann nichts bekommen, um die Bäume nachzuholen. Dach, 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 dach. Nein. Was würde ich denn alles sagen? Ich glaub, wir müssen dann im Winter, weil diese Bäume ihre Sachen essensmäßig sind, müssen wir im Winter die anderen Bäume fällen und wieder nachpflanzen. Ich hab'n... Oh, vielleicht ist das Internetverbindung. Ich weiß. Ich dreh'n ruhig, die ganzen Bäume fällen, du nimmst die ganzen Bäume aus. Ich dreh'n ruhig auf. Oh, du hast geläftet. Ja, du bist gerade geläftet. Nein, bin ich nicht. Auch nicht. Gleich. Bei mir bist du schon geläftet, du existierst bei mir gar nicht. Warte, left doch. Disconnect. Jetzt hab' ich den Disconnect. Schön. Scheiße, ich hab'n Bock mehr. Ich will jetzt eigentlich die Verspinn töten. Aber das Problem ist, wir können das nicht in Dämmerung machen. Nope. Also heißt, Lockswood machen, die restlichen Waffen machen und dann geht's los. Okay. Und... Vielen Dank.